Hi, gut, dass du da bist. In diesem Lernvideo erfährst du Wichtiges zur Zeitform Präsens. Im Video gehen wir dieser Frage nach. Wie wird die Zeitform Präsens gebildet und verwendet? Zeitformen haben immer etwas mit den Verben zu tun, die in einem Satz stehen. Um dieses Video zu verstehen, solltest du dich schon in den Lernbereichen Verbgrundwissen, Verbpersonalform sowie mit unregelmäßigen Verben auskennen. Außerdem solltest du wissen, was das Wort Infinitiv bedeutet. Zu all diesen Lernbereichen findest du Lernvideos und Arbeitsmaterialien auf iwi-unterricht.de. Auf einem Zeitstrahl liegt das Präsens, also die Gegenwart, nach dem Präteritum, also der einfachen Vergangenheit und vor dem Futur I, also der Zukunft. Schauen wir uns an, wann du das Präsens verwendest. Das Präsens ist die wichtigste und am häufigsten verwendete Zeitform. Du verwendest es in vier unterschiedlichen Situationen. Erstens, das Präsens beschreibt eine Handlung, die in der Gegenwart, also jetzt, stattfindet. Zum Beispiel, ich gehe jetzt zum Musikunterricht. Zweitens, das Präsens kann eine Handlung beschreiben, die mehrmals oder nie stattfindet. Beispiele könnten sein, ich gehe jeden Dienstag zum Musikunterricht. Drittens, das Präsens kann ausdrücken, wie lange eine Handlung schon stattfindet. Ein Beispielsatz könnte lauten, ich gehe seit meinem achten Geburtstag zum Musikunterricht. Viertens, das Präsens drückt häufig aus, was in der Zukunft passiert. Das überrascht dich bestimmt, im Alltag ist das aber häufig der Fall. Ein Beispielsatz könnte lauten, ich gehe morgen zum Musikunterricht. Schauen wir uns jetzt an, wie das Präsens gebildet wird. Um das Präsens zu bilden, brauchst du immer den Verbstamm eines Verbs und eine Personalendung. Ich zeige dir am Beispiel des Verbs schauen, wie du den Verbstamm findest. Den Verbstamm erhältst du, wenn du bei einem Verb im Infinitiv die Infinitivendung abtrennst. Bei unserem Beispielwort lautet der Verbstamm also Schau. Die Personalendung hängt dann von der Person ab, die benötigt wird. Hier siehst du alle möglichen Personalendungen. Ausführlicher werden die Personalformen eines Verbs in diesem Video erklärt. Bei unregelmäßigen Verben ändert sich der Verbstamm. Genauer wird das in diesem Video erklärt. Stoppe jetzt das Video und fasse das Wichtigste in ganzen Sätzen zusammen. Fassen wir zusammen. Das Präsens beschreibt eine Handlung, die in der Gegenwart stattfindet. Du benutzt das Präsens, wenn du über etwas berichtest, das einmal, mehrmals oder nie stattfindet. Du kannst mit dem Präsens auch ausdrücken, wie lange etwas schon stattfindet. Im Alltag verwenden wir das Präsens häufig auch, um über die Zukunft zu sprechen. Du bildest das Präsens mit dem Verb Stamm und der passenden Personalendung. Wenn du jetzt alle Lerninhalte verstanden hast, dann weißt du, wie die Zeitform Präsens gebildet und verwendet wird. Wenn du noch unsicher bist, könntest du das Video erneut schauen, Übungsaufgaben machen oder deinen Lehrer bzw. deine Lehrerin fragen. Dieses Video ist urheberrechtlich geschützt.